Musik 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 Moin Leute was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blacklight Schätzigbierchen mit mir die Showbox und dem Sarschen Kohler Moin ich bin auf ähm Vertigo Ne doch Oh ja Ja Etwas verwirrt Oh hier klein Richtig professionell LOL Ähm Genau die sind allo machen und zwar ihr seht Das neue Blacklight übrigens Ja genau Also Der Patch ja Das ist das Patch Blacklight Ihr seht schon ich weiß Jetzt sieht es doch wieder bisschen aber wir hatten vor uns einen komplett vollen Server Also Es sind auf jeden Fall mehr Spieler als da Oder andere Zeit ich weiß nicht ganz Bin mir noch nicht ganz sicher Auf jeden Fall gibt es jetzt richtig viele Leute die sich schon ihre Waffen Und hier der ist Level 3 Ich bin der ist Level 2 Ich weiß nicht was der gemacht hat also Alt Und hier gibt dann ne Menge Leute die wir Also was heißt ne Menge es gibt halt eben nicht so viele Leute die wir vom alten Blacklight wiedererkannt haben Aber NoDeadly Könnte Also hat die Kolders-Mindes schon gesagt die Vermutung dass Daily Death ist Äh ja Es bleibt bestehen Das ist der Bullshit Kompletter Bullshit Aaaaah hii Ja bist du denn das kann ja sein Richtig weg im Bash Ja ich würde sagen So mein Handy ist gerade ausgegangen Ein bisschen Wegen 5% Akku Ein bisschen Noobs bashen ist angesagt Oh ja wir haben die letzten drei Runden Ich hab nochmal vibriert Warum vibriert es zweimal Ähm Genau die letzten paar Runden Waren wirklich overpowered gut Das red der weg Also war ich nur fürs Platz halt Ja ja das kannst du jetzt noch zeigen Showbox Okay Ihr seht schon ist es jetzt alles bisschen heller weil ich hab mein Brightness bisschen hochgestellt weil halt das alles sonst bisschen Ach fuck it So dunkel ist Na wer hätte erst gedacht Machste nix Den holen wir uns so Ach komm Ja Keinen Bock da hoch zu gehen Ich find's halt gut dass Durch die Standardwaffen kommt wirklich nur der Skill zustande Leute Es zählt nur der Skill noch In einer Woche dann zählen wieder Äh Pay to win Sachen Ja Dann zählt wieder wer sich am meisten Cent kaufen kann Rennen dann nicht weg So In kurzer Zeit Aber bis jetzt Leute zählt nur der Skill Und bis jetzt ist auch noch Noob Noob schon dran Man kann einfach ihr seht Gechillt rumlaufen Ein paar Leute die nichts können Scheiße Die haben mich beide nicht einmal getroffen So Ähm wir haben übrigens auch mitbekommen Es waren ja neue Maps ähm Reihen also in der In der Beta Es ist ne ist immer noch Beta oder Ja ist immer noch Beta Ja Aber in der Damals früher hatten wir euch mal die neuen Maps gezeigt Die sind jetzt nicht mehr drin Weil die waren auch noch Also die waren noch nie so öffentlich wirklich Naja Nein doch die Also wir wissen Nein die neun sind nicht dabei Auf dem Server halt hier ne Auf dem Server Nein die sind nicht dabei Die neun Achso ja gut Also wir haben das jetzt nur Metro, Seaport, Vortex und Vertigo Die wir spielen können Ja stimmt dann hat sich eigentlich alles wieder wiederholt so ein bisschen Also Metro und wer und Seaport wiederholt sich immer Ja ja und Vortex und Vertigo auch Also quasi klein und zu und zu und zu und groß und groß Ja mit ja Ach Und Vortex war es quasi die neue Map Achja übrigens Wir wollten ja noch was sagen Soviel zum sagen Nö Ein kleines Ein Referat Ähm Wir hatten euch ja gefragt wie oft hier in den Patches im Vergleich zu dem alten Blacklight Also Leute wir nennen das jetzt ist das neue Blacklight und das andere ist das alte Blacklight Und haben wir und Showbox uns Gedanken gemacht und haben gesagt, hey, schlauest du? Ach, klar. Wir machen das so. Natürlich. Also zweimal kommt das neue Blacklight, also das hier. Und dann wieder das alte. Das alte ganz einfach aus dem Grund, weil das eben noch lange nicht so, das neue hier nicht so wirklich komplex ist. Es haben noch nicht so viele Waffen und alles. Die Partien sind auch nicht immer voll. Also es ist auch manchmal schwer. Ja, auf dem Weg finden. Sie sind immer noch nicht wirklich Rückschlüsse der Beine, also. Genau. Sie sind nicht wirklich dead knockback. Okay. Showbox, du bist wieder hart am Abgehen. Ich habe mit Bessere KDS, du. Alter, stehen Sie zu dritt. Wie findest du euch das neue HRV? Stehen Sie zu dritt. Also das hier. Ich finde das an sich gut, weil man halt durch diese hellen Punkte, wenn man schnell sieht, wo was ist. Ja, ich finde es auch so ein bisschen moderner. Aber was ich halt finde, sind die, hast du gesagt? Ist ja so ein bisschen mit dem HRV, so ein bisschen zukunftstechnisch so. Genau, ja, ja. Und das wirkt dann so besser, wenn das leuchtet oder so. Ja, ja. Ich find's cool. Was ich overpowered finde, ist der neue HS halt. Ich finde, der ist halt so schneller als ihr. macht euch fast One-Shot und hat Armor und kann überall hin, wo ihr hin könnt. Der kann nicht überall hin, der kann durch manche Tür nicht. Ja, aber durch den Großteil. Auch wieder immer dieses Doppelfeuer, dieses Doppelfeuer. Ich finde immer dieses Doppelfeuer, dieses Doppelfeuer. Ich finde, der kann so durch. Aber ich finde den alten auch nicht heiß. Nein, nein, nein. Wie kann der mich am Knie mit der Pistole, moah. Mann. Also von mir aus hätten die euch ruhig noch irgendwie... Keine Ahnung, vielleicht bringen sie ja nochmal einen anderen HS-Streib ein. Also, eine Frechheit. Du kämpfst hier schon. Heilige Scheiße. Gibt's da was zu holen? Ja, da gibt's was zu holen. Epson ist da. Sehr gut. Du bist nicht postig. Wo ist der? Du lebst noch. Okay, sorry. Ich klappe noch. Haha, ja, ich hab' sein Herz-Jud geklaut. Der hat sich gerade angekauft, hab' ich ihn abgeschossen. So, Leute, nochmal kurz, weil die es nicht gesehen haben. Das wird dich so behindert, wenn man die Treppe hochgeht. Kann ich da hoch? Ich brauchte erst mal eine Sekunde, bis er die Waffe in die Hand nimmt. Warum, Alter? So sinnlos. Kann ich mit dem Haar? Haha, ich kann mit dem Haar-Jud hier überall draus. Ja, eben. Aber da bräuchte ich natürlich Aim. Soviel zu, ne, da kann ich überall hin. Also, da kann eigentlich schon was überall hin. Vielleicht wird auch noch ein bisschen was gepatcht, müsste ich mir noch. Dass ich den Eingang irgendwann mal ein bisschen kleiner mache. So möglich, dass es noch gepatcht wird. Hm? Ja, ich denke auch, dass kleine Veränderungen bei den Maps kommen. Ja, ja, genau. Ich warte jetzt hier einfach. Irgendwann muss hier jemand kommen. Oder da. Oh, shit. Ich geh mal hier runter. Ansonsten steige ich auch gleich wieder aus. Hat denn so richtig Bock? Oh, 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 oh. Du brauchst halt noch ziemlich... Wo ist denn der? Ach, ich muss nachladen. Nur bloß, gut. Du musst halt... Ja, ich geh, ich geh da noch. Ja, nee, klar, Alter. Du musst halt ziemlich wissen, von wo die Gegner kommen können. Also, ich hab das Gefühl, die Spawns hier können überall sein. Die sind viel randommäßiger als bei den anderen Teamlip. Ich hab ihn... Also, er hat ihn, aber ich hab gewonnen. Oh, trotz, halt. Okay, Leute, wir machen jetzt kurz einen Abschluss, Ründchen. Also, einen Abschluss. Dann geh ich mal wieder raus hier. Nein, 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 nein. Ich will auch mal länger als ein Kill durchhalten, Mann. Schaffst du nicht. Weißt du, dieser Hard-Sood, der steht dort oben rum, käme dann auf der erhöhten Position und schießt alle nieder. Du musst nur unterholen. Oh, stimmt. Mach ich jetzt auch. Oh, z. Noob, noob gebashed. So, Nummer eins. Ja, und gekillt. Echt jetzt? Ja. Ich muss auch versuchen, weil ich noch so in meinem... In meinem... Oder? Ja, der ist weg. Äh, nicht inventar, wenn ich so ein Deku hab. Ja, normal Standard-Tastezeug. Der ist immer noch hier. Hä? Mann! Oh. Okay. Wenn ich da jetzt vorstelle, wieder hingehe, gibt's eine Granate rein. Ist da jetzt noch ein Hard-Sood irgendwo? Der ist von uns, der ist von uns da. Achso, na gut, dann geht's ja. Dann geht's ja. Dann ist ja okay. Oh, doch, da ist das einer, ja. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Der hat wieder... Der will wieder sterben. Ne, just... Just, kein Bock, kein Bock zu sterben. Aitscheloo, zack. Schön in der Bewegung. Oh, kacke. Mann. Bitte, geht raus. Oh, schade. Ich find zumindest mal die Neuerung von dem... Alter. ...von dem Hard, also von der Anzeigen, so alles. Ähm, find ich ganz cool. Ja, das find ich auch. Das find ich, äh, ja, sieht halt anders aus, so. So, ob das ist... Logisch war alles schon auf der PS4 so, aber... Ist es... Ja, doch, eigentlich, ja, es ist... Ist ein bisschen erfrischender. Es sieht schon ein bisschen besser aus, ja. Nicht wegrennen. Ist kleiner geworden, glaub ich. Der will da campen, der Spast. Und... Der sieht mich einfach. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal... Jetzt, aus einem alten Blickleid, irgendwie... Level... Als Level 50er oder... Als Level 30er oder irgend sowas... Krieg' ne Level 1. Das macht halt immer so... Alle weg. Habt so... 10-0 oder sowas. Und dann sterbt ihr durch ein Level 1er oder so. Ja. Das ist richtig dumm. So ist jetzt hier nur. Dauertestand. Dauertestand. Oh, warum denn? Geprägt. Das ist keine Chance gegen den Hotsuit. Man kann auch mal... Ich kann auch mal gar keine Bugs oder Glitches. Wie man... Doch. So irgendwie hochglitchen kann. Ja, Glitches nicht direkt, weil ich das vorhin zum... Wagt, dass ich... Nicht gespawnt bin. Kann ich mal kurz... Lol, ich kann reviven. Nein. Niemand hat mich reviviert. Ja, ja, ja. Das gibt's auch schon. Richtiges Such, dies hier schon. Ja. Weil jemand hier Geld zusammengespielt hat, muss er nämlich erst mal treiderisch... Ach so, zwei Hotsuits. Ja, klar. Ich drehe gleich alles zusammen. Zwei Hotsuits, man. Ich bin letztens. Mann, ich könnte so... Ey. Juvus, du bist negativ. Wie erklärst du das? Hey, ich bin Erste. Wie kann ich negativ und er... Mann. Du hast mehr Punkte. Ja, gut. Ich hab mehr Hatschatz gemacht, ne. Aber die KD hast du die bessere. Ich denke nicht. Eine Gesamt-KD habe ich jetzt von 2,4 oder so. Ja, ich habe bestimmt eine schlechtere. Ich bin jetzt fast Level 3. Ich bin 2,5. Mehr oder weniger. Ich kann mal kurz meine KD gucken. Ja. Also, hier Profile. Ach so, schon das neue Profile. Ähnlich. Oh, ist das da? 1,5. 1,97. Ja, gut. Ja, gut. Ähm, okay, dann sehen wir uns gleich wieder. In der zweiten Runde. Bis gleich. Bis klar. So, Leute, wir sind da wieder. Wieder auf Metro. Moin, moin. Gegner-Team. Und ein paar haben sie vielleicht letztes Mal gemerkt. Metro ist ein bisschen dunkel sonst, aber ich habe meine Helligkeit ein bisschen hochgestellt. Das sieht jetzt manchmal ein bisschen Bullshit. Oh, hier sind sie ja schon. Hey. Leckomio, altas. Das war als Scheiße. Ich habe noch 13 RP, das war übrigens Scheiße, geschossen von mir. Ach, du bist ein Gegner-Team? Ja. Hast du gerade auf mich geschossen? Ja. Das gibt Rache Showbox. Du hast sterben. Ja, du hast jetzt schon sterben. Der heißt Al-Dente aus meinem Team, also Gegner-Team. Der heißt Al-Da-Nele. Al-Dan-Nele. Dumm wie Scheiße. Ich dachte schon, also. Dumm zum lesen. Ich dachte schon, oder? Oh, Cola macht sie weg. Oh, warum muss der jetzt nachladen? Also haben wir die Helligkeit auf 80. Killing Spree. Noob eliminated. Ach, natürlich, Alter. Ja. Ach, alles Fressa. Ich war gerade im Sprung. Da kann der Waffe irgendwie nicht ziehen, was bisschen logisch ist. Weil man im Sprung 100% seine Waffe ziehen kann. Was? Wie schnell kam die Granate? Wenn man Soldat ist, kann man seine Waffe ziehen in jeder Lebenslage. Du laberst schon wieder Bullshit zu. Ich mache jetzt spezifische Jagd auf dich. War natürlich ein gefundenes Fressen. Wie, du klickst hier einfach durch mich. Ich gehst doch nicht. Du bist einfach zu behindert, nach oben zu gucken, Mann. Du musst auf den Kopf ziehen, ne, Cola? Nee. Nee. Mann, Alter. Ich habe immer noch diese Einschsgrüssel. Und wieder rausmachen, Alter. Stimmt, jetzt mit dem No Knockback und No Knockbacker. Klingt schon wie so ein Hack. Oh, nein. Ist ein Spielmodus. Waren wir das Blacklight. Jetzt kommen die von zwei Seiten. Der hat zum Beispiel schon ne, hm, SMG. Also Burst Fire SMG. Die kann man auch, wie es ausschalten. Nein, halte ich mir gerade gespawnt. Hallo, ich bin doch. Nee, gibt's keine Rücksicht. Da gibt's KEINE Rücksicht. Ich spring's auch noch umher, statt stehen zu bleiben, um auf mich zu schießen. Naja, ich wollte, ich wollte fliehen. Ich bin ein Fluchttier. Ich bin für Abscheugewalt. Ja, auf Fluchttier mich angucken. Oh ja, da fließe ich mich schon in die richtige Richtung. Der ist Level 4? Was machen die denn? Jörg, du hast noch nicht den Titel, Punkt, Punkt, Punkte. Nee, ich hab mich noch nicht eingestellt. Hier, Schizophrenia. So, die hat mich nicht einmal getroffen. Mal gucken, wie lange ich das zu euch halte. Nicht getroffen zu werden. Ich mach jetzt Real Life. Ah, verkackt. Okay, wort getroffen. Sodom. Ein Sodom. Das könnte statt im Schweden sein. Städter Sodom. Hä? Oh, wir gewartet, dass diese kleine Nutter... Warum sind die so viele? ...können wir das Beste erzählen. Marzipan mit Nougat-Kern. Oh, nee. Ich hasse Nougat. Was Besseres könnt ihr quasi noch nie gegessen haben. Was? Oh, mein. Oh, du Mist geworden. Ey, da sind... Ach, zwei... Warum? Mann, ich bin immer so überfordert, wenn ich zwei Leute sehe. Mh. Ich bin da hackt. Ich bin da ein Hack-Verrück, ne? Snappt immer hin und her. Ja, genau. Mein Hack ist ja nicht entscheidend. Ich bin so snappy. Snappy-Hacky. Mh. Renn halt durch. Ja. Du bist umgerannt, also. Mann, Mann. Keine Chance, riesig. So. Das ist halt echt schilisch. Wir haben alle noch auf dieselben Ampläen. Das geht anscheinend auch noch nicht. Die Ampläen sind dieselben... Mh, Cola, hallo. Du, Spaß. Lass mich in Ruhe. Oh, nee. Hä, wie dumm? Schau mal hervor. So dumm. Ja, ja. So dumm, Mann. Ich google dann so dumm. Ich gucke, ob es das gibt. Als Stadt irgendwo. So, das ist wieder Schizophrenia. Nein, Mann. Also, dieser alter Niedle ist so schlecht, ich würde schon längst leften. Ich habe mich jedes Mal derselbe killt. Ich hätte so keinen Bock mehr. 2-8, naja. Gut. Mann, ich möchte jetzt hier mal spawnen. Und mal kurz da den Spar. Oh. Ja, nee. Zwei Leute wieder. Hm, ja, ja. Ich erkenne auch den Cola jetzt nicht mehr so gut. Weil der sieht halt genauso aus wie... Du erkennst mich noch. Ich bin noch eine Frau. Und das sind ziemlich wenige Spiele hier, glaube ich. Da kannst du mich noch so ein bisschen erkennen. Aber ich erkenne dich gar nicht. Du siehst halt so Standard-Noob aus. Hals, ich glaube, ich war im HV. Och, Cola. Was ist das gerade? Mit dir? Ja, du hast dich auf die Arme konzentriert, oder? Nein, ich nicht. Nein, hast du mich gesehen? Ja, ich hab dich gesehen. Ich hab Augen. Nein, ich hab von Anfang an. Hast du mich gesehen? Richtig provokative Frage. Alter. Kidding? Diese ganzen Preise sind auch noch ziemlich teuer. Also von wegen hier... Neuer Helm und sowas. Ja, genau, die Preise sind teurer geworden. Cola. Was macht die? Ich hab die vor dir reingehen sehen. Die ignorierst du, oder wie? Ja, die... Hä? Ich kann nicht gesehen! Ja, eben, deswegen hab ich gesehen. Die ist da reingelaufen und die... Nein! Dann bin ich nachgelaufen. Weil ich gedacht hab, die hatte ich gemacht. Am Depot. Nein, ich hab die nicht gesehen. Oh, das ist doch jetzt schon wieder so eine Scheiße, Alter. Könnte ich wieder ausrasten. Ich hab mich nur auf dich konzentriert, Cola. Hm. Hm. Ich konzentriere mich auch mal kleiner auf dich. Oh, statt geil. Oh, mein Cola. Moin. Fuck! Da bist du wie so draufgegangen. Mist geworden, ich hab wenigstens dich noch. Mist geworden. Ja. Ich hab dir leider ein wenig... Hab eh... Hab eh... Abgezogen. Sehe ich was, an Using Depot. Schade. Ey, dieser... Dieser kann nicht, dieser Aldingens. Na, nee, das war nur das, Lilo. Aber der könnte auch nichts. Ich weiß, ich hatte... Ich hatte eine Granate in der Hand, ne? Und der ist nur von mich rumgesprungen. Der hat nicht geschossen. So lustlos. So lustlos. Hi. Kannst du gleich nochmal spawnen. Ich hab noch gehört, wie du's Depot benutzt hast. Ich hab's die Brücke euch gelust. Ja, ja, komm, du hast benutzt, weil du übelst panisch... Halt die Fresse, oder übelst panisch... ...hin und hergeklickt hast. Hab ich gar nicht. Hast du doch. Nein. Nein! Oh, ich wollte noch schnell meine Granate werfen. Hi. Ja, er schießt mich als erstes ab, ne? Das ist so richtig rassistisch, Alter. Da fehlen drei Leute, drei. Und er schießt mich als erstes ab. Du, du wirst dabei, du mich auch die ganze Zeit töten. Es ist der Wahnsinn. Ja, als ob ich's mit Absicht machen würde, oder was? Ach, Quaar. Jetzt hat er meine Granate blockiert, ich hab Eigenschaden bekommen. Du machst das zufällig immer mit mich, ne? Oh, Quaar, Leute. Wo, wo? Ich, 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 nach der Aufnahme geh ich meinen Aim suchen. Ich guck, ich guck, wo der ist. Ich gehe meinen... Ich guck, ihr seid schon mehr. Ihr habt's schon einfacher. Ja eben, du hast mehr zum Killen. Meckern wir nicht. Oh, Argument des Jahrtausends. So, den hast du ja gemacht. Aber an mir kommst du nicht vorbei. Einfach durchschwören. Alter, is'n Scherz. What the fuck? Da ist jetzt alles gestorben. Hör zu mich, alle, alle hier, alle. Ja. Alle sind tot. Alle, alle drei, Alter. Ich hab einen mitgenommen, du bist krass rausgerannt, oder? Ja. Nicht, Showbox, ich kann dich da nicht allein lassen. Ich renne jetzt nur noch zu dir. Ja, gib mir Sandwich. Gebt mir. Jetzt wirklich einen 90 Grad Winkel gerade, ne? Ja, war's wirklich. Alter, ist so lachhaft. Aber First First ist auch ziemlich geil, so. Das ist die ganze Zeit, First First. Nein, ja, ich... Das ist blöd. So ein... So ein Hack, so ein Hack und du merkst, dass du das ganze Zeit Third First spielst und dann... Aber Third First ist auch geil. Nein, ich meine, hier in Zukunft... First Person Shooter. Oh, diese S-Ko von hinten. First Person Shooter. Welchen... Welche Kameram-Rotus hast du einen First Person Shooter? Hast du das offen? Man es gibt üblich viele Frauen, du glaubst, bullshit, ich erinnere dich auch nicht. Du erinnst mich nicht? Nein, ich erinnere dich nicht. Bullshit aller. Ich bin nicht. Richtig behindert. Du, hier ist ein... Oh, so ein Schokolade gedacht. Ach, von hinten. Oh, von hinten. Eis auf. Oh, du hast sie. Was hab ich? Fast sie. Wen sie. Die ist ja richtig scheiße. Ist ja die schlechteste Waffe überhaupt. Die... Was? Halt. Das ist die... Diese Burst Fire ist die schlechteste Waffe überhaupt. Finde ich jetzt nicht. Naja. Hä? Oh, Leute. Shit. Da musst du ja immer so Single Shot geben. Also so Einzelschosser. Das ist halt Burst Fire. Naja. Hä? Warum nimmst du? Warum hast du die Shotgun? Musst auch Single Shot machen. Ja, aber nicht Burst Shot. Shotgun. Kommt eine Kugel raus, oder wie? Nein, Shotgun. Shotgun. So richtig dumm. Shotgun. Oh, shit. Hey, Leute. Ich bin noch positiv 22. 20. Hey, Leute. Du bist der erste Warsch mit dir. Ich bin trotzdem besser als du. Opfer. Ich hab... Ah, nee. Ich kann nichts sagen. Auf die Punkte. Ach, nee. Ich hab keine Ausrede. Aber man sieht mich auf dem Platz jetzt nicht. Ist schlecht. Okay, Leute. Ich will sagen, wenn es euch feinert, lasst eine poesige Werbung da. Und... Jo, ansonsten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Haut rein. Ich pode. spreadingentaapiel hat. Ich bin noch acht. angehen.